Es gibt gute Gründe, warum KUKA für Sie ein starker und zuverlässiger Partner ist. Wir bieten Lösungen und Produkte, die durch Innovation und Vielfalt überzeugen. Die Erfolgsgeschichte technischer Entwicklungen beginnt 1898 mit Johann Josef Keller und Jakob Knappig in Augsburg. Eine Geschichte der Ideen und Innovationen, die uns weltweit erfolgreich machte. Unsere Roboter und Lösungen entstehen aus der Leidenschaft und Begeisterung unserer Mitarbeiter für Technik. Wertarbeit in bester deutscher Qualität aus Augsburg und von unseren weltweiten Standorten. Als führender Anbieter für roboterbasierte Automation halten wir die Welt in Bewegung. Wir forschen und entwickeln, um die Zukunft mitzugestalten. Menschen brauchen Roboter, aber auch Roboter brauchen Menschen. Deshalb werden unsere Roboter in immer mehr Lebensbereichen eingesetzt. Zum Nutzen des Menschen. Mit unseren Produkten übernehmen wir auch Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft. Unsere Kunden begleiten wir vom ersten Schritt an. Mit Robotics und Systems bietet KUKA das komplette Spektrum der Automation. Unser Service steht weltweit an ihrer Seite. Wir sind da, wenn sie uns brauchen. Unser Anspruch ist es, heute zu wissen, was die Menschen morgen brauchen. Abonnieren wir auch nochmal. Arnieren wir uns zu haben. Noch ein bisschen. Abonnieren wir auch. Abonnieren wir auch. Abonnieren wir uns. Ausauber, wenn es nur noch nicht мире wäre. Wir sind da, wenn wir uns auf die Schrauben. Abonnieren. Abonnieren wir uns in unserem Umsohnbe. Abonnieren wir uns mit conserve.